Deshalb mache ich jetzt eine Solotour, das heißt eine Tour mit meiner Band, Night Fever. Ich habe auch einen Stargast, in sieben Shows ist es Chris Andrews und in zwei Shows ist es Jürgen Markus. Und ich habe einen hochbegabten jungen Komiker darin, der spielt den jungen Disco-Illia. Und der sieht ähnlich aus auch. Der heißt Gideon Rapp, der kann alles Mögliche, der spielt auch Theo Lingen in einem Stück, das ich auf Tour spiele und auch in Berlin im Schlossparktheater ab Juni. Gideon Rapp kann alles und der ist eben auch der Disco-Illia und ich gehe halt sehr verspielt mit meiner Vergangenheit um und nehme das alles nicht so ernst.